Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Ich bin für die Social-Media-Auftritte des Deutschen Bildungsservers und den Bildungsserver-Blog verantwortlich. Die einschneidendsten Veränderungen beim Deutschen Bildungsserver fanden 2023 wohl bei seinen Social-Media-Aktivitäten statt, wenngleich die Konsequenzen sich erst im Januar in aller Deutlichkeit zeigen werden. Wir haben nämlich beschlossen, den klassischen Social-Media-Plattformen den Rücken zuzukehren. Jawohl, wir verlassen zu Beginn des neuen Jahres X Facebook, Instagram und YouTube und werden dafür unsere Präsenz im Fannyverse weiter ausbauen. Seit 2009 war der Deutsche Bildungsserver auf Twitter aktiv und hat in den 14 Jahren über 14.000 Follower mit aktuellen, sorgfältig ausgewählten und qualitativ hochwertigen Informationen versorgen. Damit ist jetzt Schluss. Wir verlagern unsere Mikroblogging-Aktivitäten auf unseren Mastodon-Account und legen unsere Profile auf X und Facebook zunächst still, um sie dann in absehbarer Zeit zu löschen. Natürlich tut das weh, aber die Entwicklungen auf X und auch auf Facebook lassen einem ehrlicherweise keine andere Wahl. Was sind unsere Gründe? Openness und Transparenz. Offenheit ist ein zentrales Prinzip des deutschen Bildungsservers. Geschlossene Plattformen wie X, Facebook und Instagram, deren Distributionsalgorithmus obendrein nicht mehr zu durchschauen ist, laufen diesem Anspruch wirklich zuwider. Demokratie. Als öffentlich geförderte Einrichtung fühlen wir uns verpflichtet, dem Zerfall demokratischer Prinzipien entgegenzuwirken und nicht als Feigenblatt für gewinnorientierte und kaum moderierte Plattformen erratisch agierender Milliardäre zu dienen. Falschmeldungen. Die EU-Kommission hat auf der Grundlage des Digital Services Act X, Meta und TikTok bereits wegen der unkontrollierten Verbreitung von Falschmeldungen verwarnt. Datenschutz. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber sieht schon seit langem einen datenschutzkonformen Betrieb von Fanpages auf Facebook für nicht gewährleistet und kämpft seither unermüdlich für eine Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen des Bundes. Dazu gehören wir auch. Fokussierung. Bei der wachsenden Ausdifferenzierung von Social-Media-Plattformen müssen wir auswählen, welche Kanäle wir überhaupt noch bespielen können. Keine Institution schafft es, Präsenzen auf allen Plattformen so zu pflegen, dass die Auftritte überzeugend sind und größere Reichweiten erzielt werden können. Ja, und was ist mit dem Gegenargument, dass wir dahin gehen müssen, wo sich unsere potenziellen Nutzerinnen und Nutzer tummeln? Tja, viele haben X bereits verlassen, sind auf Mastodon oder Blue Sky ausgewichen. Das sind wir übrigens auch zu finden. Und was ist mit Threats? Dass der Metakonzern im Dezember nun auch auf dem europäischen Markt launcht? Ich sage nur Openness und Transparenz, Demokratie und Falschmeldung und last but not least der Datenschutz. Jeder kann und soll selbst entscheiden, aber wir rufen alle unsere Follower und Freunde auf, es uns gleich zu tun und künftig über eine Plattform zu kommunizieren, die demokratischen Prinzipien entspricht. Mastodon. Und nun noch ein kurzer Rückblick auf die Themen, die wir im Bildungs-Server-Blomb und vor allem bei Bildung auf die Ohren dem Podcast des Deutschen Bildungs-Servers 2023 behandelt haben. Da ist die Reihe Berufslehrerin. Allein vier Folgen hat meine Kollegin Carolin Hartmann bestritten. Kein Wunder, fällt das Thema doch in ihren Bildungsbereich Schule. Sie hat mit Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband über die Gründe für den Lehrkräftemangel, über die derzeitigen Herausforderungen im Schulwesen, sowie über wichtige Maßnahmen in der Lehrkräfteausbildung in Deutschland gesprochen. Mit Schulleiterin Adrienne Czerniak über die verschiedenen Möglichkeiten, Praktikanten, Referendare und Lehrkräfte ohne zweites Staatsexamen aus dem Ausland an eine international ausgerichtete Schule zu holen. Mit Dr. Thomas Heiland von der Universität Augsburg über die derzeitigen Entwicklungen und Schwerpunkte in der Lehrkräftebildung und Fortbildung angesichts der Digitalisierung des Lehrkräftemangels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Vielen Dank.